Herr Präsident, ich bin komplett mit der Analyse von Herrn Klemmer verstanden, dass eine Tatsache, dass die Europäische Kommission schon seit Jahrzehnten versucht, ein Open Source zu developieren, weil es auch eine Frage für Sicherheit ist, dass wir nicht von der einen oder der anderen Firma, egal von welchem Staat, komplett aufhängig sind, an einem Server, Gott sei Dank, schon auf Open Source relativ als Standard. Ich weiß aber auch, dass Lobby-Argumente von verschiedenen Closed Source Firmen, die sich für sich beleidigt zu machen, da draußen, dass in den Händen es da gelauscht wird gehen. Ich gebe am Interesse von unserem Land, auch von der Sicherheit von unseren Servern, von unseren Instrumenten, die wir gebrauchen, an dem Datatransfer, dafür plädieren, für so viel wie möglich auf Open Source zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.